Pass auf von dir, von der Seite! Komm hier, von hinten! Ihr seid aber linke Pastillen! Pass auf von da, wo die kommt. Ja, ich seh's. Ja komm, hier ist ein Halbi, oder was ist das? Halbi? Komm mal hier weiter zur Wand hin, zu mir! Hof drauf! Da kommt er! Dankeschön! Ich mache hier Katschport! Mein Schnappel! Aber die Schreibtische leeren, das ist okay, oder? Gute Nacht! Wir morgen zu Sabine fahren und überraschen! Oh, wie schön! Vier Jahre siehst du! Oh, das ist so schön! Oh, da freue ich mich! Ja, dann einen schönen Jahrestag euch beiden! Ja, und schlaf gut, damit du gut ausgeschlafen da hinkommst! Auf jeden! Hier, Heimtürkische Kätzchen! Heimtürkische Kätzchen! Was machen Heimtürkische Kätzchen? Schleichschaden! Da ist noch mehr oben, aber die holen wir uns gleich, ne? Hier ist ne Lampe, müssen wir jetzt wieder rauskraxeln? Oh, bitte sag nicht, dass wir wieder raus müssen! Äh, warte, ich guck mal! Ich nehme den Bürostuhl! Manno, ich habe jetzt schon... Äh, Endbürostühle, Mann! Ich glaube, wir müssen hier hinten rein, glaube ich! Tür aufzug, aufzug, aufzug! Oh Gott! Hier kommen wir nicht weiter! Hier kommen wir nicht weiter! Hier kommen wir nicht weiter! Da oben! Aber wo ist denn die Lampe genau? Auf dem Balkon! Auf dem Balkon! Nee, hier waren keine! War das denn gerade? Wo habe ich gerade eine Lampe gesehen? Hier! 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 Oder? Ja, hier müssen wir raus! Warte! Oh! Oh! Ich kann nicht! Nein, 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 nein! Komm mal rein, komm! Nein! Nee, ich kann nicht! Ich... 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 Geh mal ganz kurz zurück! Mein Herz setzt schon wieder aus! Ich hab ja voll Gehirnangst! Das ist für mich so schlimm! Das ist für mich so schlimm! Aber da ist doch auch... Gebt mir das nicht aber auf den Sack, ne? My senses have picked up something! Nur so ein ganz schmaler Dach-Sims! Meinst du, wo du oben kommt lang? Ja, ja, ich weiß, da ist aber auf jeden Fall noch... Da ist auf jeden Fall noch... Medizinische Vorräte! Hallo, Micky! Hi, Micky! Ähm... Bitte gehst du denn hier hin? Nein, warte, bleib da, bleib da! Aber da hängt eine Kacke! Ich glaube, wir müssen da hin! Ja, aber... Aber ich glaube, ich hatte mich mit Manu... Wir haben da, glaube ich, eine Leiter gehabt! Wir haben da, glaube ich, eine Leiter gehabt! Ja, ja, ich glaube, auch sowas! Ich kann mich erinnern! Irgendwas, was! Ich bin größer Schottgang mit ihr, siehst du! Äh, kannst du mal bitte reingehen! Ja, Entschuldigung! Entschuldigung! Ähm... Wir bauen uns hier durch! Wir klopfen uns hier durch! Wir müssen mal gucken, ob wir hier irgendwie weiterkommen! Oh! Oh! Weck mit dem ganzen gedönt! Tuch! Ich werde ja alles, aber nicht das, was ich will! Den hinter dir! Ja! Leiter hoch müssen wir! Aber da muss ich mir bleiben! Warte, warte, komm! Bevor du's machst! Warte, warte, komm! ach das ist ja schon ein ja 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 ich bin immer dein tor hat jetzt auch gerne hinstellen können das muss man da kann ich jetzt nicht das ist ja doch munition guck mal guck mal bitte ja ja ich weiß ich weiß hallo ich glaube da haben wir es dann wahrscheinlich bald einer ist leer meint er hat mal wie schön ruhig das jetzt ist ich hatte extra vorher noch mal aufgeladen da kann man jetzt schön schaukeln die schuppe in die hand ich nehme die schuppe sich noch erinnern wo der hauptblut war ich weiß gar nicht manu war das gebäude hier mal ein bisschen alles ab ein cement und so kommen wir ja immer ganz normal sich umschauen genau aber hier dürfte jetzt eigentlich nichts mehr sein soll es ist wir haben noch säubere gebiet das hat richtig ordentlich viele das war das nicht okay es war ein anderes däumchen und so sind ganz tolle mit das heute gut funktion noch geht es ist eigentlich aus mp was ist das bei deinem pc rausgekommen hat zudem repräsentator ja derweil sollte jetzt aber das was sie geschrieben hatte erinnerte sich als meiner kaputtverweisung mit dem netzwerk ja war es ja auch so dass der vor spontanen sich einfach ausgeschaltet hat einfach so rum weg aber ich hoffe mir jetzt heute ist alles wieder ich habe auch bei den links hat sie meine kann noch nicht reden ist jetzt mal auch muss doch lernen eine redet nicht verschlossen glaube ich niemals nicht was würde ich niemals tun wir müssen auch oben und drauf naja wir müssen ich glaube da hinten durch hat er nicht weg noch hinten durch wo ok ich bin ja jetzt habe ich mich gedreht das glaube ich noch was ich ja das braucht hier ja 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 warte mal ich habe das ding kaputt ich glaube da müssen wir durch aber ich bin mir nicht sicher jetzt kommt die verbrannte warte wie kam die verbrannten geladen ja habe ich hier gibt's kohle ich nehme schon mal die axt raus und tun mal ein bisschen kohle schütten meine fläche wird geht meine drei vier fünf wo sind sie denn kommt doch aber von oben irgendwann ja 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 das grüne verbrannt habe ich ein verbrenter ja den stränen mensch es ist doch noch mal wieder nach und nämlich fatto 22 uhr nicht mit ja also weiß schon was ich meine das ist eine lesen und also auf dieser etage sind glaube ich alle das doch perfekt oder nehme ich ja noch ein bisschen kohle mit doch das war das wo ich einmal in der runde gelaufen bin wo ich die alle geschwäckert ab oben auch dass ich da runtergekommen sind daher ist das ja ich denke nämlich auch so viele solche großen gebäude haben wir noch nicht gemacht gehabt also ich hoffe es klappt heute ich habe ein neues land kabel immer noch mal muss ich jetzt schon war nur auch aber mir ist heute irgendwie ich bin heute auch schon einmal rausgeflogen einmal rausgeflogen ja doch das ist das doch das ist wir gehen weiter abatmung ist die leuchte müssen glaube ich raus guck mal er sein nein 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 ich nicht aber ich sage ich gehe auch nicht raus wenigstens dann bleibt mir kriegst du habe ich beleuchtet du blöde leuchtet gar nicht wie ich da nur wo in der kerze ist natürlich an was hat das uns so gar nicht glaube ich gehe jetzt mal ein bisschen ja da ist das lichtigste wir müssen hoch und hoch oder ja ich glaube schon wenn du wirst du kannst du da dings sind bauen ich schwöre ich schwöre bei gott habe kein herz mehr ich schwöre ich schwöre bei gott habe kein herz mehr du bist hier irgendwo bei mir dahinten wie komme ich jetzt zu dir ist eine etage über mir hallo hallo ich versuche doch ich mache das jetzt weiß was ich mache ich baue mir jetzt hier ich versuche hallo bin ich habe jetzt keinen bock mehr das ist mir ich falle ich bin echt fall experte ich bin nicht in stimmung bitte mich in ruhe lassen hier hallo bin ich jetzt schon mal hier wo bist du hier noch an deinem gebauten schädig ist es klug wo müssen wir ziehen wir müssen nach oben mich mal noch eins höher und dann brauche ich dinge moment ich habe meine rahmenblöcke das sind meine besten freunde etwa ich habe es gab mir so willst du mir das da nicht hinsetzen lassen ich wollte gerade sagen dass mich ich habe gerade bei den fans hier wieder und da nein ich habe da noch ex eingesetzt er die brille defekt nein der manu geht zum bau ich leid nicht so gut ich danke dir dass du bist meine rettung ja heute zwei mal das bein gebrochen nein du musst keine angst wir sind noch zu zweit so legen warte ich muss erst mal gucken ich muss erst mal noch schnell mal fest ja es könnte ich auch mal was trinken heute mal haben wir mal eine dose in die miese so bin ich oder nicht ja ist das wirklich kochen nachher neu so wird es sich auch benutzen trinken ich habe eindeutig ein sterbe verboten wenn sich heute allein noch nicht da weiß ich nicht ob er reinkommt ja denn da warte mal ich guck mal weit ist aber da weit ist da mir ist da mir ja so aber ich habe gerade das problem hatte kann er denn jetzt hergeschlichen der typen hier raus weil ich wollte da rein aber hier müssen wir dann noch sagt er kann ja 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 die punkte rand die werden hier kommen ganz viele kommen ganz viele irgendwo noch das praktische stunde wäre wo habe ich das in ihm geschafft ich brauche das ich finde den weg schon wieder nicht die haben wegfindungsstörung ein bisschen und ich bin richtig jetzt jetzt wie kann das beiden geschossen entschuldigung was noch nicht das war es das war es jetzt ich will die luten herr gott den automaten abbauen ja okay die automaten abbauen auf dem weg durch hamburg andrina und gritt andrina ist heute nicht rambo bestimmt ich bin heute schützt machen das perfekt er hat andere sagt der löscht gehört auch dazu und ich bin gerade kalt warum das der instrumentstrick es ist nicht gut wenn ich mache mein spaß was naja ich sag mit meinem popo auf der strikjacke ist eine hälfte die andere hälfte ist kalt aber irgendwie ich habe hier auch dicke ich kann mich zudecken es ist immer längere zeit dann fängt man irgendwie ein bisschen an zu frusteln also jetzt ist genau es ist 21 uhr mein körper sagt ja damit wenig feierabend feierabend noch nicht nicht in das loch schreibtisch stuhl und noch eine ja ich wollte ja wir haben die ganze zeit noch kein trisor hier guck mal guck mal hier ist ein trisor ja das freut mich für den trisor ich habe aber leider keine dietrich einstecken habe ich auch mal ob das reicht noch 16 minuten wieder bruch jetzt dürfte ich wenn möglich nicht noch mal fallen wäre sehr gut ich habe noch was zur not schmeiß es dir dann hinterher das ist gut kannst du mal auch wenn ich kann das ding mal ok da ist nichts besonderes naja habe ich was anderes erwartet nein habe ich nicht die spitzen feilspitzen und ein bisschen waffteile ding weil hier war ein schlag ringteiler aber wir sind kurz vorm dach guck mal ich weiß ich weiß wo ich bin was bin ich zu sagen wo ich bin wenn du jetzt da hoch springt sind sie alle ich bin ich da bin ich nicht da hoch wenn du jetzt da hoch geht hier bin ich dann runter gesprungen und die kamen alle wenn du wenn du wenn du das kannst dann schwingte ich habe das durch zufall gemacht ich hab's nicht gesehen warte mal ich würde sie noch mal voll machen aber gar nicht hoch springen wie hast du das gemacht doch das geht wo ich kann es nicht machen ich kann es nicht machen ich kann es nicht machen ich gucke hier und will so lange filmen und kann ich schon in dahin warte bin ich hoch ich weiß nicht ob ich sie alle ich war nur reihe ich hab nur einmal geguckt kurz lass sie aber erst mal runter kommen wie viele guck mal um auf die kompass ja es wird durchsteht das wird spaßig ja kommt machte keine sorgen hatte keine sorge gekommen ich habe auf dem weg und von der seite und hier von hinten ich sollte aber liegen gefasst von da wo die kommt hier ist ein halbier oder warte ist das halbier aber hier weiter zu wandern zu mir haben wir alle im blick weiter so jetzt eigentlich nur warten bis die alle in ruhe runter ich weiß schatz das ist aber sehr spät dass du mir das sagt ja gott ich noch ja ich auch 23 so in der drehe leute ist doch wo es lang geht oder zudem nicht da runter zu kommen der traut sich nicht zu springen 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 ich habe sollte auch schon zweimal gemacht hier liegt doch hier ich hatte sich schon da gekommen blöde hauen kommen hoch die welt schon den weg nach oben finden glaubst war der weg aufs dach ist übrigens hier will die leiter ist kaputt gut nicht hoch du kannst kommst du mal rein du hast schon gebraucht ich habe nur nach oben geschaut aber da ist keine niemand hatte mal ich gehe noch mal ja gehen auch mal durchs bad hatte ich nicht mein tourette mit als ich schon oben bleibe das mache ich gleich noch mal voll die 2 die kriegen wir auch so aber es wird da kommt eine angewackelt guck dir das an in gemüts ruhe ja echt mal boah wie viel bleib muss man denn in den rein pumpen ja 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 ja